Ihr Lieben, wir sind hier in Berlin im Renaissance Theater und wir drehen für meine neue Single aus meinem neuen Album. Die Liebe sieht sowieso und das ist wunderschön hier. Wir wollten unbedingt ein Theater haben, der klein ist, der eigentlich mich zurückbringt zu meinen Anfangszeiten als Solokünstlerin. Da habe ich oft in so kleinen Kunsttheatern halbwegs meine eigene Show zusammengetackert. So habe ich angefangen und ich habe gedacht mit dem Erfolg von 7 Leben, würde ich trotzdem mit dem nächsten Album ein Stück weit zurückschauen, um nach vorne zu schauen. Das ist alles Teil meiner Geschichte und in dieser Geschichte im Videoclip gibt es einen jungen Herr, der sucht und ringt, um mich zu finden und mein Vater sagt immer so schön, a man chases a woman until she catches him. Ein Mann jagt eine Frau, bis sie ihn fängt. Und darum handelt es. Und ich liebe es. Hi, Benjamin. Ich bin hier mit Verzweiflung auf der Suche nach der Liebe. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich. Ich renne hier auf einer Schnitzeljagd von einem geheimnisvollen Ort zum nächsten und habe überhaupt gar keine Ahnung, was hier am Ende bei rauskommt. Und welcher Mastermind sich das Ganze ausgedacht hat. Wir spüren die Zeit nicht mehr und jeder Satz ist nur für dich. 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 Sag mir wann. Sag mir wo. Ist mir egal warum. Wieso. Jetzt kommt die letzte Szene. Tatsächlich die einzige Szene, wo ich und mein Partner Ben, der hat gar Kinder nennt, wo wir quasi Augenkontakt haben. Und er realisiert, dass ich ihn, ich habe ihn quasi hierhin gelockt und dann bin ich seine Überraschung. Sowieso. 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 Nur für dich. Nur für dich. Geh ich voll ins Risiko. Sag mir wann. Sag mir wo. Dankeschön. Dankeschön. Emily Welch. мерикasifie mı Wir püren. Gleich war. Vielen Dank.